Wie macht Lieschen Radieschen den Mädchen Mut, dass sie auch Bubendinge tun können und dürfen? Inzwischen ist es für viele Mädchen eine Selbstverständlichkeit, dass Prinzessinnen auch Prinzen befreien können, nicht nur umgekehrt. Aber viele Buben brauchen heutzutage Ermutigung, dass sie auch Mädchendinge tun können und dass sie keine Angst haben müssen, dass sie dann als schwul gelten. Ein richtiger Prinz ist dann ein richtiger Mann, wenn er Streit schlichtet, nicht nur, wenn er kämpft. Und er darf auch einen Prinzen lieben. Darum geht es in dem Buch »Die Prinzessin mit dem Bart«, das ich durch Crowdfunding realisieren möchte. Ihr könnt das Buch auf Startnext bestellen für Kinder und Enkel, Nichten und Neffen. Und ihr könnt das Projekt unterstützen, indem ihr davon weitererzählt, weiterpostet, weitermailt. Vielen Dank.